Am Behrensee ohne Fuddermische, ohne PVA, ohne Plan, das ist nicht so selten. Von daher gucken wir einfach nochmal. Einer der drei wichtigen Spots läuft immer. Wie testet man also ganz entspannt mit drei unterschiedlichen Montagearten? Was funktioniert? Also, ich bin jetzt hier seit drei, vier Minuten. Zack, habe drei Fiederrouten jetzt hier zur Hand. Also relativ basic noch unterwegs. Und teste jetzt erstmal, ganz frisch am Spot angekommen, welche Aromen funktionieren. Und das teste ich jetzt gerade zum einen mit der klassischen Schlaufenmontage. Also Naturköder. Zum anderen nehme ich einmal die klassische Haarmontage. Und natürlich Classic Pop-Up Rig. Das bedeutet, in jedem Fall, je nachdem wie weit man ist in den Skillpunkten beim Grundangeln. Also kann man entweder schon die Haarmontage verwenden oder man kann Pop-Up Rig verwenden oder man kann einfach, naja, Schlaufenmontage oder man nimmt halt die Inline-Montage oder man nimmt einfach die einfache Grundmontage. Also das kann ja wirklich jeder von vornherein verwenden. Laufenmontage hat den Vorteil, dass sie dann doch bei Fischen, die so ein bisschen vorsichtiger sind, also vielleicht eher mal eine Trophy, dass die da ein bisschen weniger Scheuchwirkung hat. Allerdings ist da der Selbsthakeffekt nicht so sehr gut, was aber nicht so schlimm ist, weil so schlecht ist der Selbsthakeffekt am Ende dann doch wieder nicht. Und gerade wenn da ein dicker Brocken reingeht, dann ballern wir den natürlich auch nochmal schön an. Dann hakt sich das auch nochmal richtig schön fest. Und dann lübt das auch mit der Schlaufenmontage. Also ganz easy mit den Basic-Montagearten, die man als Grundangler schon hat. Eins, zwei, drei. Alle drei jetzt hier gerade im Einsatz. Und eben auch mit ein bisschen verschiedenen Köderarten. Was habe ich bei allen oder ja eigentlich schon bei allen, gerade bei den Karpfenarten, Karpfenmontagen, was habe ich da gemeinsam? Ich verwende sehr kleine Köder. Kleine Köder sind wichtig, weil wir erstmal wissen wollen, ist der Köder überhaupt interessant? Also ist die Aromatik interessant? Die Karpfen gehen rein. Ich bin jetzt hier, ja, sechs Minuten. In diesen sechs Minuten würde ich sagen, sieben Fische ist schon gar nicht so schlecht. Also angefangen früh morgens, ungefähr gegen vier Uhr. Ist auch eine Uhrzeit, die ich eigentlich immer wieder empfehle. Also früh morgens gegen vier Uhr am Karpfenspot sein. Wenn man schon kann, natürlich eine Futtermische ausbringen. Wenn man noch nicht kann oder sich auch noch unschlüssig ist, welche Futtermische funktioniert. Oder was ist überhaupt am Spot? Erstmal ohne Futtermische testen. Und dann rein da, je nachdem welcher Köder funktioniert, dann dementsprechend das Futter bauen. Das Ganze ist halt ein bisschen komplexer. Man kann das nicht mal eben so machen und wahrscheinlich auch nicht mal eben so lernen. Deswegen gibt es dazu ja auch ein Tutorial-Video, was über eine Stunde geht. Empfohlen von RF4, weil die sagen, ja, so geht das. So kann man das sehr gut machen. Es ist zwar mega komplex, aber in dem Video wird alles erklärt, wie das geht mit dem Karpfenangeln und warum man zum Beispiel an dieser Stelle hier auf 17 Meter weit rauswirft und dann auch ein braunes Blei hat und so weiter und so weiter. Also solche ganzen Infos, die muss man halt testen. Sowas passiert natürlich beim Spot und Köder suchen auch. Fische, die man nicht haben will. Naja, hier auf der Mitte bin ich gerade auf Schlaufe unterwegs. Also Schlaufenmontage, Einserhaken, Honigteig. Klassischer Köder, funktioniert immer wieder ganz gut. Natürlich für Amure, für Schuppenkarpfen, für Spiegelkarpfen, für Barbe. Selbst die Barbe ballert immer mal gerne hier auf Honigteig rein. Wenn das jetzt gerade an dem Spot nicht funktioniert, haben die Fische gerade andere Vorlieben. Das heißt, wir als Angler müssen wieder rauskriegen, welche Vorlieben haben die Fische. Und dementsprechend testen wir natürlich die Köder. Honigteig, wenn das jetzt mehrfach so ist, dass da nichts bei passiert, dann wechseln. Dann zum Beispiel einen Tauwurm nehmen oder einen, wo ist er, Maisbrei nehmen. Erbsenbrei, ja, vielleicht auch noch. Natürlich eine Kartoffel, natürlich auch den Käse oder auch Weizenkorn. Mehrfach schon verwendet hier Weizenkorn. Immer auch wieder gerne fürs Barbenangeln. Lohnt sich. Aber ich lasse das erstmal noch ein bisschen hier auf dem Setup. Einfach mit dem Honigteig. Zack, raus. 17 Meter Clip. Ist ja klar hier an der Stelle. So, wir haben ja hier ein braunes Blei. Also schlammigen beziehungsweise Clay-Lehm-farbenen Untergrund. Dementsprechend müssen die beiden Komponenten natürlich auch so sein. Vorfach ist egal, welche Farbe das ist. Haken, Einserhaken. Hier jetzt in dem Fall klassische Haarmontage. Sinkende Boilies. Wichtig beim Testen. 14er, 16er. Also eher klein. Die super kleinen, die 10er, die 8er oder sowas. Die muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt nehmen. Kann man machen. Aber da geht auch wirklich sehr viel, sehr kleines raus. Wir wollen ja hier Karpfen. Wir wollen was, was ein bisschen Bock macht. Wir wollen auch ein bisschen Cash machen. Deswegen so in dieser Größe. 14er, 16er Boilies. Alles, was dazwischen und ein bisschen darüber ist, geht vielleicht auch noch. Also so 12er, 15er. Also alles so in diesem Bereich. Das ist soweit okay. 18er würde ich schon nicht mehr nehmen. 20er würde ich auch schon erstmal nicht mehr nehmen. Zum Testen zumindest. Die kommen dann später zum Einsatz, wenn wir wissen, dass es hier lübt. Ihr seht auch kein PVA, nix da dran. Einfach nur reingeschmissen. Na guck. Und dann geht hier auch schon wieder was rein. Auch hier, joa, mal was Lüttes, ne? Kann passieren. Gerade wenn man eben diese kleinen, diese kleinen Köder verwendet. Und was ist es denn, was wir jetzt hier machen? In dem Tutorial-Video hatte ich das bildlich auch mit Paint so ein bisschen dargestellt. Wie das denn funktioniert und was so ein Spot. Wir werfen ja jetzt hier, wie gesagt, auf 17 Meter. Das heißt, wir treffen in eine Area, wo verschiedene Populationen drin sind. Und da versuchen wir jetzt einfach rauszukriegen, jetzt erstmal in diesem Spot, in dieser Area, welche Populationen sind da. Und dann müssen wir natürlich im Idealfall später versuchen, über die Futtermische die Population zu pushen, die wir haben wollen. Dementsprechend steigt die Population von, nehmen wir mal jetzt den Schuppenkarpfen. Und die Population von der, vom Giebel zum Beispiel gerade, die sinkt. Weil so viel Platz ist halt nicht, ne? Also irgendwann sind halt da mehr Schuppenkarpfen und weniger Giebel. Und das beeinflussen wir dann eben durch das Futter. Und wenn wir dann halt wissen jetzt, dass gerade Kokosahne offenbar funktioniert, für Amure aber auch, dann könnte man natürlich auch mit Pop-Up-Rig, hier ist jetzt gerade Pop-Up-Rig drauf, auf Amure gehen. Lohnt sich auch immer wieder. Auch hier wieder komplett simpel. Einfach nur die Fiederrute. Das ist ja hier mein Setup, was ich gerne auch für den Kupfersee verwende. Relativ simpel. Ich bin hier ein bisschen dicker von der Schnur und von den Vorfächern. Normalerweise kann man hier auch hervorragend reingehen mit einem 19er, hier mit einem 18er. Dann hat man sogar da nochmal ein bisschen weniger Scheuchwirkung hier bei den Vorfächern. Nur ist ja nicht weiter relevant wegen der Scheuchwirkung. Interessant ist alles nach der Schnur, weil wir ja Vorfächer verwenden, zählen eben nur die Vorfächer. Also auch das hier. So, hier sogar nur ein relativ kurzes Vorfach hier beim Pop-Up. Das heißt, das Pop-Up geht halt nicht so ganz wahnsinnig hoch. Wir haben hier nur 15 Zentimeter Länge. Muss reichen. Einserhaken drauf und dann nur mit Maiskorn. Man könnte hier noch kleiner reingehen, aber ich sag mal, ein Einserhaken, ein Viererhaken, vielleicht reicht eigentlich auch. Maiskorn, fertig, kein PVA, keine Futtermische, kein Garnix. Zack, zack, einfach wieder raus hier. Natürlich auf die 17 Meter. Und gut ist halt. Oberfehler. Stärke reduziert, heißt also auch Bremse reduzieren. Und weil ich nicht genau weiß, wie hoch die Bremse geht, gehe ich mal so runter auf 10. Hochstellen können wir ja immer noch. So, also, zack. Ihr das Ganze mal wieder ein bisschen straffen. Und dann heißt es jetzt, weiter gucken und testen. Wenn ich denn jetzt gleich weiß, und es zeichnet sich ja schon ab, bei dem ersten Küder, den ich teste. Also, wir gehen gleich nochmal ein paar Küder durch, die vielleicht wichtig sind für den Bärensee. Aber wenn ich doch jetzt schon weiß, dass bei Kokossahne schon Reaktionen passieren, heißt es jetzt eigentlich nur noch die Entscheidung, gehe ich vielleicht eher auf Karpfen, gehe ich halt eher auf Amure. Wie entscheide ich mich da? Wir haben vorgegebene Fudermischen. Die machen es ganz einfach. Da steht dann dran, für Karpfen, für Brassen, für Barbe. Hier haben wir die Karpfen. Oder für Amure, die Graskarpfen. Und dann nehmen wir Komponenten hier raus oder bauen das 1 zu 1 nach. Nehmen dann noch die Aromatik mit rein, die wir gerade als Köder verwenden. Also, hier passen dann ja, wenn wir es nachbauen, passen dann ja hier noch zwei Komponenten mehr rein. Nehmen als Aroma dann auch nochmal die Sahne. Und schon haben wir eine hervorragende Futtermische für Amure mit der Aromatik Sahne. Also, auch das funzt immer wieder ganz gut. Wenn man sich da also unsicher ist, dann einfach, den schlagen wir mal ein bisschen härter an, dann einfach die Basis Original Futtermische nehmen. Und eben noch zwei Komponenten dazu tun, die eben jetzt gerade funktioniert als Aroma. Na, nochmal ein Amure. Na, guck. Das ist gar nicht so schlecht. Also, gerade auch in der Gewichtsklasse gar nicht verkehrt. Ich bin tatsächlich gerade dafür. Ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen mehr auf Amure. Und weil wir ja hier nur auf 17 Meter weit auswerfen, reicht das natürlich auch, dass man dann hier eine ganz normale Basis Bällchen Futtermische nimmt. Das heißt, wir nehmen für Amure natürlich immer Hanfmehl als Basis. Dann haben wir hier Kokos und Sahne. Das sind die Köder, die ich gerade drauf habe. Dann nehmen wir einfach mal hier die Feed Pellets. Nehmen wir mal hier die beiden etwas kleineren. So. Und dann haben wir hier natürlich nochmal Kokos und Sahne. Man kann jetzt hier Kokos Nuss nehmen, aber ich nehme ja hier Kokos und Cream, also Kokos, Sahne. Das nehmen wir hier auch mit rein. Und jetzt gucken wir gerade nochmal eben in der Originalmesche. Leinsamen und Mais ist mit drin. Mais sowieso immer wieder gut, wenn wir auf Pop-Up Mais gehen, also mit Pop-Up. Und dann eben Pop-Up Mais nur verwenden. Dann nimmt man doch gerne nochmal einen Mais mit rein. Also das passt doch richtig gut. Leinsamen und Mais mit dazu. Mal eben wieder hier oben reingehen. Da ist die Originale noch drin. Leinsamen, zack und Mais. Da ist es und schon ist das hier die 1a Amur. Machen wir das mal so. Die Amur Mische plus Sahne. So, dann weiß ich also, das Ding ist quasi Amur mit der Geschmacksrichtung Sahne, weil das gerade funktioniert. Also anfertigen. Zack, 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 schon haben wir die Bällchen hier fertig. Okay. Mal eben nach 1a Sahne. Guck mal, ich habe noch eine 1a Sahne Schleie. Na, welche Komponenten sind denn bei 1a Sahne Schleie mit drin? Das kannst du mal unten in die Kommentare reinschreiben. Dann hast du es auf jeden Fall begriffen und dann lübt das auch. Benutzen. So, jetzt wissen wir ja, wenn wir voll aufladen und wir sind gut genährt, also wir haben den Action Bar, die Energie hier. Moment, ich klicke mich mal eben zur Seite. Wenn die Energie hier schön aufgeladen ist, können wir also volle Power auswerfen. Dementsprechend werfen wir maximal aufgeladen ungefähr 20 Meter weit raus. Wir wollen aber nur 17. Also gehen wir mal so ein Stückchen nach hinten und ballern dann jetzt hier die Futtermesche rein. Zap, zarap, zarap. Wirkradius 2,5 Meter läuft. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit entspannten 10 Bällchen, damit wir den Spot erstmal richtig schön angefüttert haben. Und wenn wir dann irgendwann im Laufe der Zeit nochmal 2, 3 nachwerfen, so nach vielleicht 3, 4 Stunden. Und dann werfen wir nochmal 3 nach. Und dann werfen wir nochmal 3 nach. Und dann machen wir danach mal ein bisschen Pause. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt geworfen habe. Dann machen wir danach mal ein bisschen Pause. Und dann fangen wir vielleicht in den Morgenstunden erstmal wieder an, sodass wir um 4 Uhr nochmal wieder Futtermische nachwerfen. Vielleicht nochmal 5 Bällchen rein, damit wir pünktlich um 6 Uhr, wenn die Fische wach sind, zack, den Spot wieder angefüttert haben. So, jetzt mal eben gucken. Ist hier was drauf? Hier ist wieder irgendwas Kleines drauf. Also, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt ändern. Das wollen wir so nicht. Ich weiß natürlich, klar, wieder Rotauge. Also, die Population wollen wir jetzt natürlich hier nicht mehr haben. Theoretisch könnte man jetzt mit dem Futter nochmal weiter testen. Denn, wie ja gerade schon gesagt, das Futter beeinflusst jetzt die Population am Spot. Manches geht rauf, manches geht runter. Aber da bisher hier auch nichts draufgegangen ist, nehme ich jetzt einfach mal eine andere Aromatik. Kokos und Sahne. Man könnte jetzt vielleicht Quark nehmen. Irgendwas, was Milchiges. Oder ich bleibe einfach mal in dieser Eiweißkomponente und bleibe hier mal beim Tauwurm. Und dann testen wir den mal. Vielleicht geht auch noch eine Barbe drauf oder sowas. Irgendwas random. Einfach mal testen. Und wenn darauf auch nichts weiter geht, naja, dann können wir es ja auch immer noch umbauen. Wir wissen ja jetzt, dass hier Kokos und Sahne gerade funktioniert. Ja, jetzt heißt es dann eigentlich nur noch testen, welche der beiden Montagearten läuft denn besser. Geht klassische Haar-Montage besser, geht Pop-Up-Rick besser, wenn du schon beide herstellen kannst, beide verwenden kannst. Und dann Attacke Vollgas. So sieht es jetzt aus hier. 20 Minuten am Spot. Und das Ganze macht man natürlich mit jedem Spot. Am Gewässer hier gibt es drei Main-Spots. Die gucken wir jetzt gerade nochmal eben an. Die drei Main-Spots. Und dann gucken wir nochmal kurz ins Inventar, welche Köder denn noch interessant sind, die man auf jeden Fall mal testen sollte. 20 Minuten am Spot, 81 Silber ist soweit okay. Nach Preisen sortiert. Also, nach Preisen würde ich sagen, ja, wir gehen mal schön auf Amure. Wenn wir hier so ein paar mit 14 oder sagen wir mal 10 Silber plus, dann machen wir damit halt richtig gut Cash. Also, die Spots. Hier unten 55, 31, 17 Meter weit, absolut essentiell. Hier oben 44, 50, 21 Meter weit, tip top. Dann hier oben 55, 31. Man erkennt das immer hier an diesem Dreieck. 55, 31 an die Spitze von der Schilfkante. Zack, auch da auf ungefähr 21 Meter funzt eigentlich auch immer. Das sind die drei wichtigen Spots. Zu all diesen wichtigen Spots gibt es in der Playlist zum Bärensee mindestens 10 Videos zu jedem dieser Spots mit verschiedenen Aromen und allen Infos. Ob für Anfänger, ob für Fortgeschrittene, egal für welche Fischart. Auch da auf jeden Fall mal reingucken. Die Spots, auch wenn sie alt sind, alt oder wenn die Videos alt sind, die Spots sind immer die gleichen. Man muss bloß Köder testen. Und das hatte ich ja gerade gezeigt. Welche Köder könnte man noch testen? Gucken wir also nochmal eben rein. Und hier nehmen wir natürlich die Boilies und Co. Und dann gucken wir einfach mal rein, was immer mal wieder wichtig ist. Muschel haben wir hier zum Beispiel einmal Krabbe und Muschel auflösen. Und gerade wenn du keine Futtermische verwenden kannst, auflösende Boilies lohnen sich. Auch da kann man einfach nachsuchen im Shop. Sol you build. Auflösend. Und schon haben wir alle Köder, die es als auflösend gibt. Auflösend hat, wie gesagt, den Vorteil, mehr Lockwirkung. Und da lohnen sich dann tatsächlich auch sowas wie Honigbirne. Krabbe und Muschel gerade schon gesagt. Lachs kann man auch durchaus mal wieder verwenden. Süße Sahne, absolut essentiell. Ganz, ganz wichtig. Tutti Frutti, würziger Pfirsich. Also das sind so ein paar Aromen, die es eben nochmal in der Spezialversion gibt. Auf jeden Fall testen. Und das tatsächlich auch am Bernsteinsee oder auch am Kupfersee. Also die Dinger auf jeden Fall alle mal gönnen. Erstmal vielleicht die kleine Version. Es ist meist halt so die 16er oder 15er Größe. Und die 20er, wenn man dann irgendwann weiß, alles klar, es läuft. Da kann man auch mal ein bisschen größer reingehen. Übrigens auch eine Bonus-Lockwirkung, wenn man das crushed mit dem Schredder. Und dann in die Futter mit reinbringt. Und diese Art Köder, diese Art Boilies haben nochmal eine Bonus-Lockwirkung auch im Futter. Himbeere ist das nächste Ding. Auch absolut essentiell. Also Himbeere auf jeden Fall auch hier immer mal wieder testen. Es reicht einfach, wie gesagt, hier Himbeere als normale Version. Oder hier die frische Himbeere als Pop-up. Kann man sich auswählen. Gibt es hier in kleiner Version, hier als 16er zum Beispiel. Hervorragend. Immer wieder rausballern. Das lohnt sich. Also das auf jeden Fall testen. Himbeer Pop-up. Und dann Himbeer hier als frische Himbeere. Auch das lohnt sich immer wieder sehr. Vor ein paar Tagen war noch die Zitrone im Discord. Die wurde auch schon wieder gemeldet. Also soll laufen. Da gibt es natürlich dann auch gar nicht so viel an Auswahl. Wir haben hier 14er. Wir haben hier 14er als sinkend, als Pop-up, als Mais. Ja, und dann hat man auch schon eine Variation. Wenn man sich denkt, okay, vielleicht so als Komponente ist das ein bisschen wenig. Man kann neben der Zitrone auch noch die Limette nehmen. Da ist sie frische Limette. Kann man schön kombinieren mit Zitrone. Und schon hat man eine schöne Köder-Kombination. Oder eben auch für die Futtermische gecrusht. Dann hat man wieder Komponenten, die man auch ergänzen kann. Absolut essentiell auch sowas wie Johannisbeere. Immer wieder testen. Johannisbeere gelb, Johannisbeere lila. Funktioniert auch wieder seit Tagen am Bernsteinsee, am Kupfersee. Also auch das auf jeden Fall testen. Auch ein absoluter Klassiker hier für den Bärensee. Ja, gerade hatte ich noch die Sahne genannt. Also das sind so ein paar Basics, die man auf jeden Fall drin haben sollte. Genauso kann man aber auch sowas nehmen wie Krebs zum Beispiel. Könnte man auch noch nehmen. Also auch das wäre nicht verkehrt. Basics auf jeden Fall Sahne, Kokossahne, Himbeere, Honig oder Honigbirne. Muschel auf jeden Fall testen. Johannisbeere. Und dann hat man doch schon eine ganz, ganz große Auswahl. Und das, wie gesagt, an den verschiedenen Spots. Und das, wie gesagt, ja, an den drei verschiedenen Spots. Das heißt, man hat dann also fünf Köder, die man schon mal jeweils an den drei verschiedenen Spots testen kann. Und dann hat man eben auch ratzfatz irgendwann einen Köder, der irgendwo funktioniert. Sollte denn mal keiner der Köder funktionieren, geht man einfach an ein anderes Gewässer. Denn auch an dem Gewässer kann es natürlich sein, dass vielleicht die Wetterbedingungen gerade so unpassend sind für die getesteten Köder. Dann muss man es einfach woanders probieren. Aber in der Regel irgendwas in der Art funktioniert hier. Von den letzten Tests, also ich sage mal von zehn Tests ist es vielleicht maximal mal einer, wo ich dann sage, okay, läuft mir gerade zu wenig hier, lohnt sich nicht. Theoretisch könnte ich jeden Tag hier hingehen, jeden Tag ein Video machen zum Bärensee. Aber es gab schon so viele Videos zum Bärensee. Und letzten Endes ändert sich da ja auch nicht wirklich viel. Es sind immer wieder die gleichen Köder. Es sind immer leider immer die gleichen Spots. Weil eben die anderen Stellen hier äußerst selten ansatzweise so gut laufen wie diese drei Main-Spots. Von daher, ran an den Bärensee. Bärensee geht immer. Und dann rausziehen hier. So viel zum Bärensee. Nach langer Zeit mal wieder oder nach längerer Zeit mal wieder. Wir waren ja mehrfach auch schon im Stream hier. Und auch da haben wir ein bisschen Wettangeln gemacht. Also auch hier immer mal wieder ran, immer mal wieder testen. Gerade wenn man eben noch nicht so ganz weit ist und auch noch nicht so viel Futtermische verwenden kann. So ein paar Tipps und Tricks hast du hoffentlich mitgenommen. Gerade auch mit diesen Zolljubelködern. Die funktionieren immer wieder gut. Und dann aber auch ran Futtermische machen. Karpfenangler ohne Futtermische ist kein Karpfenangler. Karpfenangeln muss mit Futtermische passieren, damit man auch weiß, wie man gezielt eben einen Fisch beangeln kann. Damit man eben auch richtig schön auf Masse gehen kann und dann vernünftig Cash macht hier. So viel mal wieder zum Bärensee. Ich hoffe es hat geholfen. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwoch und Freitags natürlich immer ab 19 Uhr. Und die restliche Woche auch immer ab 19 Uhr. Allerdings ziehen wir da nicht komplett durch mit RF4. Sondern zur Zeit gibt es sowas wie Landwirtschaftssimulator. Da gucken wir natürlich auch immer mal wieder rein. Bis dahin, Petri. Tipps und Freitag vidare. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.